Ähm Autsch Autsch, Spinne Pui Ach, hier bin ich wieder Lande ich heute ganz schön oft So, dann versuche ich mal die andere Schluchte wieder zu finden Was nicht schwer ist, weil die ist hier gleich Dann gehe ich diesen Weg Keine Ahnung, wo der andere lang führt Ähm, ich sollte mit dem Schwert hier rumlaufen Wir gehen diesen total sicheren Gang entlang So Ich werde es doch schaffen Ich werde es schaffen, hier rauszukommen Und wenn es mich rumbringt Oder auch gesagt, besser nicht Ah, Fledermäuse Geht weg Zappi, 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 zappi Geht weg, geht alle weg Geht einfach nach Hause Geht nach Hause Äh Ich kann so viel Eisen mitnehmen Ich lasse es Ich glaube, wir werden sowieso nochmal hier runterkommen Bestimmt Oh, bitte Nicht runterfallen Nicht runterfallen Runterfallen ist böse So Hier lang So, das schlimmste schon mal überstanden Hier kann nicht mehr viel kommen So im Schmuschstrax Hier verschwinden Oh, ich habe es keine Lust mehr Ich haue es ab Können wir alle mal So Das regnet Na super Ganz viele Spinnen Hühnchen, was machst du hier? Musst du kurz meine Aggression auf Irgendwo ablassen So Yay, wir sind daheim Wir sind daheim Ich habe es überlebt So Ähm Eisen Eisen Also So So Ich habe ganz viel Cobblestone Na, Cobblestone Musst du mal in Weitem noch eine Kiste machen Eine extra für Cobblestone Genau Ich habe hier noch eine drin Äh, ja Die sollte ich vielleicht auch ausrüsten So Und die Die Warum wir die denn jetzt mal hin Darüber wird es scheiße aussehen Dann kriege ich die auch gar nicht mehr auf Aber die Blume ist auch doof Blöder Zombie So Ne, die will ich da nicht hin haben Steht ein bisschen weh Geh ab Du blöde Kiste Danke Wo füge ich die jetzt hin? Äh Zu weit weg von den anderen ist auch doof Hm Ne, das gefällt mir nicht Das kann ich so einfach Moment Da, du sind So Cobbl, 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 Cobbl Cobbl, Cobbl, Cobbl So Jetzt Cobbl auch mal raus Cobbl, Cobbl Dann Kies Holz Erde Workbench Redstone Oh genau, 64 Einmal das Einmal das Das haben wir schon zwölf Diamanten Hammer So Kohle 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 Ähm Die fertig sind Füße ich doch mal auf Ups Genau Schmeiß weg So Das muss noch draußen Machen wir einfach mal wieder dahin Ein bisschen noch Brot Dann Fange ich gleich mal die Köder draußen wieder ein Einfangen Ihr versteht schon So Muselige Musik Könnt ihr jetzt mal aufhören Kleinen Moment Ihr habt nichts gesehen So Weiter geht's Ich hab ne ganze Tasche voll Krempel mitgebracht Und da ist ein Besatzer Hund Hau mal an Und ein Slime Hey du blödes Skelett Hau ab Und da sind Creeper hinter mir Ups Die wollen hier fett ans Leder gehen Genauso wie der Ich lauf hier mal ganz schnell im Kreis Und hoffe, dass die gleich weg sind Weil ich möcht so gerne Die Kühe dort hinten abstachten Weil die laufen immer weg Tschüss du blöde Kuh Komm doch mal her Ich bin noch ganz sanft zu dir Verdreh dich nur im Kreis Es wird dir nix nützen Und tschüss Und hier drüben ist noch eine Kuh gewesen Und du pass nächstes Mal auf, dass die Kühe nicht weglaufen Mein Gott Oh, ich hab nen Bogen gekriegt Das stinkt nur mein Bogen Das ist doch langweilig So Äh, die auf Danke So Drei neue Leder Das ist schön Ich hab da noch so ein bisschen Beef The Beef Na komm Schnell lachen, schnell lachen, schnell lachen So Ähm Pilze Und Rottenflash Und Knochen Und Pfeile Und Wieder ein Bogen, der nicht verzaubert ist Das ist schade Die Kiste ist fast auch schon so voll Ich glaub, die bürgen nämlich hier mal raus Weil Dann muss der gleich noch hier Der andere Kram mit rein Dieser hier Oh Ist auch roh Rohes Hühnchen Ich mag kein rohes Hühnchen Boah, ich schmeck das alles viel besser Ähm Ja Die Bögen wollte ich hier reintun Ich hätte doch gerne meine Axt wieder Was hab ich hier hingepackt? Wo hab ich sie hingepackt? Da oben in der Ecke So Wieder alles beisammen Wunderschön Und jetzt geh ich mal kurz raus Guck, was mein Beet hier macht Weckst du mal? Das sieht total scheiße aus Da ist ein Fleck Wachse Wachse Na gut Milchhalter durch Ah, wo ist mein Lillipet? Ah, Lillipet Ah, Lillipet So So Diese sind rein, diese sind rein, die sind rein frei, frei. Die noch nicht. Die. So. Karotten. Ich schaue neue Karotten. Karotten, Karotten, Karotten. Karotten, 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 Karotten. B Miz. Ich kriege das Beet noch voll. Nauert noch nicht mal lang. So. Kühe. Kühe! Da drängen sie sogar Luigi weg. So. Ihr Bein auch noch mal. Und du und du. So. Ich hole schon mal die Axt raus. Der ignoriert mich stundenlang. Und wird von kleinen Kälbern herumgeschubst. So. Ihr wollt auch noch mal? Okay. Hilfe. Du und du und du und du. Und jetzt muss ich kurz hier weg. So. Dann kommst du und du und du und du und du. Du und du und du. Du und du. Das ist schaffe. Ich schaffe. Oh, ich guck dir bei dir. Kann ich mir das Baby schaffen? So. Ja, ist halt gut. Ich hole schon mal. So. Ich weiß immer noch nicht, ob das so richtig ist oder nicht. Ich hab noch nicht die Folge hoch. Du weißt. Keine Ahnung. Nee, nee. Also ihr hattet euch noch nicht so direkt geäußert, ob der da jetzt bleiben soll oder nicht. Das einzige Komische war halt, dass es halt fast so hoch ist wie das Haus. Aber man soll ja auch unterdrücklich stehen können. So. Machen wir jetzt noch was? Machen wir jetzt noch was? Vielleicht mal Steak essen. Ähm. Jo, komm. Terrasse. Die Terrasse würde ich gerne aus Steinziegeln machen. Obwohl das, glaube ich, besser aussehen, wenn ich das aus Pflastersteinen mache, weil ich hier ja auch Pflastersteine habe. Weil hier unten sind auch Pflastersteine. Ich glaube, das würde sich ein bisschen beißen, wenn ich da jetzt auf einmal Steinplatten nehme. Nee, dann nehmen wir die Pflastersteine. Giff miese Pflastersteine. Ich hab ja jetzt wieder genug. Erstmal. Oh, ich hab noch das Weizen. Im Inventar. Äh, genau. So. So. Das Gold können wir auch noch mit dem Schmuck rausnehmen. So. Bring mal eben das Weizen weg und die Samen. Samen, Weizen. Und. Genau. Da, 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 da. So. Bis wo machen wir denn die Terrasse? Ich glaube, bis hier. Die Frage ist nur, wie breit. Äh, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bis reich. Und dann ziehen die bis da rüber. Da, 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 da. Genau, da war ja noch was. So. Da, 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 da. Machen wir den Weg auch wieder weg und dann falle ich fast wieder ins Wasser rein. So. Haben wir auch fast geschafft. Na, komm, letztens schafft es auch noch. Bam, 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 bam. Und dann einmal alles schön mit Kobbelstuels auslegen. Dann nehmen wir mal dazu einen Stein in die Hand. Füge ihn richtig ein in die Ecke, damit das ordentlich passt. Am besten die Wasserwaage noch drauflegen, damit das eigentlich schon gerade ist. Aber ich glaube, hier beim Minecraft brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen, dass das halt nicht gerade ist, weil das ist ja hier sowieso alles schön gerade Fläche. Und dann machen wir uns das hier richtig schön hübsch. So geht das, genau. Und so und so. Und hier und da. Und dann können wir hier auch nochmal so längs gehen und uns auch ein neues Deck nehmen, weil der eine nicht gereicht hat. Und dann haben wir hier in kürzester Zeit eine wunderschöne, praktische Pflastersteinfläche, auf die wir uns eine Terrasse bauen. Sieht bestimmt ganz schick aus. So, das wollen wir natürlich auch einzäunen, weil wir ja nicht riskieren wollen, dass uns da wieder irgendwelche bösen Leute uns aufs Gebärk latschen. Ich nenne es mal einfach so. Deswegen machen wir uns da einen Zaun drumherum. Aus Steinenpflaster. So. Wo eine Terrasse eigentlich schöner ist, wenn die offen ist. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, hier von einem Slime zerquetscht zu werden, während ich mich in der Sonne bräume. Obwohl das ein bisschen blöd aussieht. Egal. Hm. Das sieht blöd aus. Ich habe hier alles eingezäunt, ne? Ne, ich lasse das so. Ich lasse auch die Tür hier drin. Ist das denn so ein abgeschlossener Bereich dann für sich? Das ist jetzt doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs habe ich jetzt hier, weil ich bis da sieben gemacht habe. Ah, da müsste ich jetzt eigentlich noch einen mehr machen, damit das symmetrisch ist. Aber ich glaube, ich lasse das einfach mal so. So, dann machen wir uns da wieder ein schönes Zaun-Tor rein. Du, 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 du. Habe ich noch einen Star? Natürlich nicht. Da brauchen wir da zwei von. Und dann nochmal zwei dazu, weil ich keine Stöcker mehr habe. Zack, zack. Zack. Ja. Zack. Na, komm. Oh Gott. Ich bin wieder hartnäckig hier. So, die Flastersteine sollen nicht hier rein. Nicht, die Korbels hier rein. Zack, zack. Und doch jetzt ihre eigene Kiste. So. So, hauen wir da mal eben schon noch ein Gartentor rein. Ups. Machen wir an den Ecken noch Fackeln hin. Äh, machen wir die beiden, ne, die eine weg. So. Doch, was muss ich so? Äh, ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Das wird mir hier gerade ein bisschen zu dunkel draußen. Und ich habe die Monster an. Das ist nicht gut. Nicht gesund. So. Nur einen Schluck Cola nehmen.